hallo meine lieben und herzlich willkommen zu einer neuen folge beziehungsweise zur ersten folge des pc projekts und da zeige ich mal einfach alle teile verpackt die meisten weinen es ja nicht wenn man einfach nur um den heißen dreier mit umredet heute ist aus letztes aus wunderschöne gehäuse gekommen und ich glaube die meisten haben es schon erkennt ich hab da ist carbide 275r mittauer relativ groß dafür dann haben wir als motherboard ein gigabyte auras x5 gigabyte x 75 auras ultra einen schönen ryzen 7 3700x hier sieht man auch das schöne schmuckstück dann als grafikkarten eine asus dual geforce gtx 1060 mit 6 gigabyte gddr5 in der osi edition und ja gibt es eigentlich derzeit nicht so viel zu sagen das ist einfach nur so übersichts video als prozessorkühlung habe ich eine h100i rgb platinum nicht platinum special edition das wäre die weiße das ist die schwarze und warum eine h100i ich hätte nämlich gern die waserkühlung oben einbaut also unter diesem stopp filter und da gehen sie leider nur 240 mm aus dazu habe ich einmal ein corsair wagens rgb pro kit mit 2 x 8 gigabyte also 16 gigabyte und einem 3 2er takt wenn man da schön sieht aber da ist mein finger graus und ja mehr ist da gar nicht drin als netzteil habe ich ein rm 57x in weiß einfach weil ich noch nie ein weises netzteil gesehen habe und irgendwo müsste die kabel anzahl sein ja da herauben sieht man jetzt nicht gut ich glaube immerhin besser als ich sehe das aber meine kamera hat also wird das glaube ich ein bisschen blöd ausschauen dann im video außer es wird automatisch korrigiert aber ich lese euch einfach mal vor es ist ein ATX kabel drin also 24 pin zwei mal EPS oder ATX 12 volt kabel das wäre ein 8 pin kabel mit 4 plus 4 pins 4 pc express kabel ein 8 pin also 6 plus 2 9 SATA kabel und 8 peripherie kabel das sind 4 pins dann kommen wir eigentlich schon zum letzten das wären die festplotten bzw die ssds da hätte ich auch western digital blue mit einem terabyte eine crucial p1 mit einem terabyte ist eine m.2 wie man unten lesen kann und schwer und eine xpg sx 8200 pro das ist auch eine m.2 der dritten generation glaube ich heute steht immerhin oben gen 3 x4 mit 256 gigabyte das wird meine systemface platte und ist mit einem guten abstand die schnellste ola ssds die ich da habe ja das war es eigentlich ich nehme jetzt noch die unboxings auf und da beginnen wir gleich einmal mit motherboard prozessor und grafikkarten das werden glaube ich so drei unboxings insgesamt aber ist auch egal das ist alles klar das ist die Frage danke danke das ist die Frage nein